Ihr habt schon was gedrehten, also nicht so. Ich poke die Frau um und dann krieg ich auf mein Fluch. Moment, ich hole mal eine Geheimwaffe. Ich kann runter durch die Eier. Aaaaaah! Ich denke dann... Da hat er schön in mir voll aus. Das sieht aus an der Halle. Aaaaaah! 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 Warte da, mein Geheimwaffe wurde bei! Warte ins Kopf! Oh, ne! Scheiße! Man muss es selber machen. Hepp! Aaaaaah! Hup! Du musst flach! Hepp! Hup! Hup! Aaaaaah! Hup! Hup! Lauf, Forrest! Lauf, Forrest! Lauf auf! Lauf, Forrest! Ich glaube, mein Liebesofen ist da drinnen. Martin H.